Proof Yourself Mit OSDSP Open Source Data Security Proof von der Firma Daniel Mayataler Assembly ist es Ihnen möglich, Ihre Ideen sicher mit einem digitalen Fingerabdruck in der Blockchain zu verankern. Eine Aussage von Daniel Mayataler, eine Datei ohne OSDSP ist wie ein Paket ohne Poststempel. Wozu dient OSDSP? Sie haben Dateien und möchten diese vor Missbrauch schützen. Und dies mit einem digitalen Zeitstempel, welcher im OSDSP-Register und in der Blockchain verankert wird. Das Ganze geht sehr einfach und ist erst noch kostenlos mit dem Free Proof von der Daniel Mayataler Assembly. Und Sie sehen hier, in sechs kurzen Schritten ist das Ganze bereits für Sie erledigt. Und Sie schützen Ihre Idee oder Ihre Dateien vor Missbrauch mit einem digitalen Fingerabdruck. Das Angebot der Firma Daniel Mayataler Assembly beruht auf drei verschiedenen Produkten. Das erste Angebot der Free Proof, wie der Name sagt. Gratis können Sie jeden Montag Ihre Dateien in der Blockchain verankern. Das zweite der OSDSP Express Proof. Sie möchten sofort eine Idee oder eine Datei schützen, dann rufen Sie direkt Daniel Mayataler unter der Hotline an und der OSDSP Support als drittes Angebot. Da können Sie rund um Blockchain Daniel Mayataler um Support oder um Auskunft anfragen. Lassen Sie mich Ihnen im nächsten Video zeigen, wie einfach diese sechs Schritte zu tätigen sind und wie rasch man eine solche Datei mit einem digitalen Fingerabdruck versehen kann. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020